Sie sind auf der 2. Wo möchten Sie hin? Ne, Sie sind auf der 1. Sind das nämlich dann da raus. Ah, da raus, okay. Genau. Die Detail ist gesperrt. Die Ecken-Tage befindet sich mit der Verwaltung. Jetzt mache ich das los. Einmal hier rechts. Ausgang mit dem Erdeschloss. Baujahr 2007. Ausgang ist hier gesperrt. Erdeschloss, Sie haben das wohl geändert. Ich weiß das nicht, der Problem ist. Den Acken und Auffüllten sind dann nur von außen. Bauern Partikel und den Bauern Schnitzel. Und das ist der einzige Kundenaufzug hier in der Mediathek. Und alle Etagen bis auf ... Und hier so die Etage A und die Etage 3 sind leider gesperrt. Und ich glaube nicht, das ist nicht gängig.